Guten Morgen bei meinem neuen Video. Wir fahren heute 150 km und 2000 Höhenmeter wollen wir machen. Und wir fahren vom Wörthersee weg Richtung Davies und dann durch ein slobönisches Tal nach Wenzone. Und ja, seid ihr dabei. Und hast du eigentlich noch Druck, oder? Na ja, die Feuer eigentlich, eben nicht viel. Du wirst sieben Beine. Sieben? Ja, dann wird es heiß auch noch, dann wird es noch mehr. Das sind gut 6,5. Das wird für mich wirklich reichen. Vorher sind die ja mit dem App auch gefahren. Ja und das ist ohne Schlauch rein, oder? Nein, das ist mit Schlauch. Aber spür haben es da Schlauchreiten gehabt, dass die diese Klebedingungen... Ach so, ja. Das ist ein Scheiß gewesen. Mit dir los? Ja, film dich. Ja, was hast du aus? Mit dieser Zunge. Und meine, oder? Super, oder? Schneewittchen. Jetzt hast du noch keine Luft reinlassen. Nein, wenn es nicht geht. Ja, in Monaco fährt es runter zum Casino. Da hinten sind die Karnischen Alpen. Das heißt, ich kenne Wildschwein, das ist ein Römer. Ja, wie ist das? Das ist ein Römer. Das ist der italienische Weg. um alle, am Tag, am Tag, am Tag. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich bin mal dründer, nein, ja, ja. Das ist ein Römer. Da drüben ist der Bergwerk, zeigt er. So, der zweite Kehre zum Predil. Wir haben jetzt 915 Höhenmeter und 1080 Höhenmeter sind wir hoch. Aber es geht ganz gut. Steigern so um die 11-12% und der Hilfgang ist jetzt voraus. Weil er nicht so niedere Gänge hat wie ich. Ich habe diese Schweinegänge und werde mich schön gemütlich hochkämpfen. Ich zeig dir jetzt meinen Dinger. 1120 K. Stimmt, ich weiß nicht. Was machst du? Proteinpaar mit Schoko und Kokos. Schoko und Banane. Das ist auch Banane. Was machst du? Banane. Banane? Ja, kannst. Ja, kannst. Du kannst, dann wird. Da. Den Gerät, nur den Pianchi, Rador. Wow. Geil. So ist offensichtlich. So ist es. Mann, wer wohnen ist, bleiben wir schnell. Wohnen! Wohnen! Jetzt haben wir einmal die Hälfte hinter uns. Wie geht der? Super. Geht super. Wo müssen wir hin? Da oben. Da oben müssen wir. Nein, super. Das Wetter, außer der Wind, ist ein bisschen geschissen. Aber sonst macht es richtig Spaß. Die Temperatur ist ideal für Ende September. Ein Haufen Leute sind da jetzt. Das wird er uns gleich sagen. Das passt schon. Aber wenn wir jetzt irgendwo mal einen Cola finden oder was? Eine Cola oder was zum Trinken? Eine Union wollte ich gerade sehen. Nein, eine Union brauche ich keinen. Eine Union brauche ich keinen. Eine Union brauche ich keinen. Nein, wir haben ja nichts gedacht. Na ja. Wo kommst du da vor? Das Wasser. Geil. Da oben Wasser voll. Dann können wir sicher hier gehen. Vitalia! Vitalia! Okay. hier. 하기sten. Toocapgin. plant. theirsl hieréro ist es also normal. Nein! Tatsächlich mal bei mir auf... Diesen Name komplett. Putz nicht mehr weg. Außen gehabt. Die Außen jetzt kommt. Es ist noch immer wieder... ... Geil. Cola oder was trinkst du? Ein Cola Cola Charta Charta? Ja, Charta ist keine Charta auf jeden Fall Schön Das ist jetzt super In die erste Bar, wo es offen ist, oder? Ja Wenn wir hinsetzen, tue ich mich auf die Dinger nicht, wie ich komme Das ist super Ich tue das auch gleich Ich tue das auch gleich Ein Rufgang Der Lieblingsvlog Unser erstes Etappenzielen da Spenzone Ja Ich glaube schon, dass Spenzone ist Na, vielleicht daneben Vielleicht daneben Vielleicht daneben Nein, ich glaube Dieere Ich habe schon Noll Die 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 So, wir sind in der Zone und jetzt gibt es gerne mal was zum Essen, aber es ist schon ein sehr verträumter Ort, also viel ist nicht los. Da war auch ein Haufen da, weil wir hätten fast kein Zimmer bekommen und unser Zimmer ist dort oben, da oben. Das letzte Fenster im ersten Stock ist mit den grünen Balken. Da schlafen wir.